Wie würdet ihr das nennen? Die Verbildlichung einer Privatinsolvenz, einer kommenden Privatinsolvenz? So sieht das Büro des nächsten Kunden von Peter Zweigert aus? Naja, das ist mein neues kleines Reich für Bergsport. Und die Wahrheit ist, das ist nicht mal ein Viertel dessen, was ich besitze. Das ist bedenklich, auf jeden Fall. Aber man sollte vielleicht für den ein oder anderen auch dazu sagen, dass das hier einen sehr praktischen Hintergrund hat und nicht zuletzt auch ziemlich cool ausschaut. Ich dachte mir, vielleicht interessiert euch, wie man sich so ein Teil baut, was für Materialien ich verwendet habe, wie das Ganze hält und warum Ordnung im eigenen Ausrüstungsbereich letztlich auch Sinn machen kann. Bevor ich euch in die Odyssee des Aufbaus mitnehme, denn da habe ich mich so ein bisschen dabei mitgefilmt, möchte ich euch vorher nochmal ein bisschen erklären, was hier eigentlich drauf hängt und was Sinn macht, dass drauf hängt und welche Sachen letztlich es nicht auf die Wand geschafft haben. Zuallererst muss ich sagen, dass es sich vor allem um den Bereich Hochtouren und Klettersteige und Klettern handelt. Denn alle anderen Bereiche sind nicht so praktikabel. Die findet man dann hier in den Kisten zum Beispiel, aber auch in anderen Räumen, in großen 60 Liter Boxen. Gerade diese Kleinigkeiten, die sind für diese Lochwände relativ cool, denn wir haben hier kleine Haken, an denen wir ein paar Sachen aufschlichten können. Aber man sieht es hier an den Rucksäcken. Wenn die relativ weit runterhängen, dann würden sie von der Lochwand auch sehr viel Platz brauchen. Und dieser Platz, den kann man sich dann unter der Lochwand zum Beispiel schaffen, aber es macht auf jeden Fall Sinn, wenn die Gegenstände, die draufhängen, etwas kleiner sind. Und ich finde hier gerade die Gurte schon relativ grenzwertig, aber ich finde, das ist noch ein Level, wo ich sage, das ist okay. Auch bei den Pickeln finde ich das noch in Ordnung und bei den Steigeisen auch, aber ich würde zum Beispiel hier keine Schuhe aufhängen oder sowas. Es sei denn natürlich, ich habe den Platz. Aber in diesem Format würde ich immer eher sagen, dass man die kleineren Gegenstände nimmt. Nun, klar, das Ganze kostet Geld in der Montage und vor allen Dingen die Ausrüstung, die draufhängt, die kostet nochmal wahrscheinlich das 10- bis 100-fache von dem. Fakt ist aber, tatsächlich ist das Ganze gar nicht so teuer. Also man kommt, das kann ich gleich mal vorweg sagen, auf insgesamt vielleicht 100 Euro, die man darin investiert, inklusive aller Haken. Vielleicht 115 Euro. Und das ist meiner Meinung nach für so eine Organisation relativ in Ordnung. Wenn ich mir überlege, wie viel ich für diese Kisten bezahle, in denen ich mein Material zum Beispiel sortieren würde, dann komme ich da auf sehr ähnliche Preise. Und deswegen, ja, ist das eigentlich ganz okay. Das Schöne an diesem System ist, oder ich erkläre es anders, warum habe ich mir gedacht, dass dieses System für mich besser funktioniert als diese klassischen Kisten? Ich bin jemand, der in den letzten Monaten so ein bisschen dahinter gekommen ist, dass Nachhaltigkeit im Bergsteigen definitiv ein wichtiges Thema ist. Und gerade in puncto Nachhaltigkeit ist es für uns Bergsteiger natürlich leicht zu reden, denn wir nutzen nur die Berge, wir nutzen wenig Infrastruktur und dementsprechend sind wir meistens schon deutlich nachhaltiger, als die meisten anderen Sportarten es sind. Das Problem ist aber, gerade in der Ausrüstung bei mir, wenn sich die Ausrüstung mal richtig ansammelt für alle Leistungsbereiche, also für Hochtouren, Skitouren, Klettersteige, Klettereien, Alpinklettern und so weiter, dann wird das ganz schön viel Zeug. Wenn ich das alles in Kisten packe, dann gehen viele kleinere Dinge, wie Karabiner zum Beispiel, definitiv in der Menge unter. Und immer wieder, wenn ich sehr, sehr viele Karabiner brauche, habe ich das Gefühl, ich habe nicht genug und kaufe mir neue. Grundsätzlich ist das natürlich für die Hersteller dieser ganzen Gerätschaften eine tolle Sache. Für mich aber nicht. Nicht zuletzt aus finanzieller Hinsicht, aber vor allem auch deswegen, weil ich damit sehr viele Ressourcen verbrauche, die eigentlich nicht verbraucht werden müssten. Und ich weiß, Nachhaltigkeit, Ökologie, das ist jetzt kein unglaublich beliebtes Thema im Bergsport, aber ich finde, es sollte angesprochen werden. Und deswegen möchte ich auch darauf hinaus, wir haben hier viele Dinge hängen, von denen ich eigentlich der Meinung war, dass ich sie gar nicht besitze. Und so ist es das mit vielen Sachen und das ist ein Kreuz, das ich zu tragen habe. Und naja, aber jetzt ist es deutlich besser. Ich sage nicht, dass es gut ist, in der nächsten Wohnung wird es definitiv eine komplette Lochwand vom Boden bis zur Decke und das über zwei, drei Meter hinweg, weil ich eben meine komplette Ausrüstung in eine Lochwand integrieren möchte. Aber kommen wir jetzt mal zu den Vor- und Nachteilen dieser Lochwand. Der große Vorteil, den habe ich ja quasi gerade angeschnitten, man findet sich deutlich leichter zurecht. Also wenn wir jetzt hier mal schauen, wir sehen hier ganz genau, was ich hier an der Wand habe, wenn ich den Pickel brauche, zack, Pickel in der Hand und es kann losgehen. Wenn ich das Ganze, das Ganze kann ich natürlich dann auch noch mit tausend anderen Gerätschaften machen. Ihr seht hier auch schon das erste Problem, sie ist etwas zu klein. Das Ganze kann ich mit allen Dingen machen. Ich brauche einen Karabiner, zack, ich brauche einen Karabiner, passt, habe ich. Ich brauche noch eine Bandschlinge für die Selbstsicherung, zack, fertig. Das ist eine Sortierung und ein Vorgehen, das um ein Vielfaches schneller ist, als ich das bis heute immer so gehandhabt habe. Und deswegen ist das für mich ein wahnsinniger Fortschritt. Und das kann es für euch natürlich auch sein. Und gerade wenn ihr sagt, ihr legt euch immer mehr Ausrüstung zu, wenn ihr ins Kletter- und Hochtourensegment schaut, da haben wir viele Expressen. Wir haben viele Keile, Friends, Karabiner, Sicherungsgeräte, Klemmgeräte, whatever, ganz, ganz viel Zeug und da muss man einfach dazu sagen, das findet man vielleicht einfach deutlich einfacher auf so einer Wand. Und das könnte man sagen, geil, jetzt lege ich mir auch so eine Lochwand zu. Vorsicht, Moment. Das Problem an diesen Lochwänden ist nämlich, dass wir eindeutig mehr Platz brauchen. Denn der Unterschied zu einem Kasten, so wie ich es hier habe, dass ich hier quasi Kisten habe, in die ich meine einzelnen Bergsportgeschichten einfülle, ist der. Ja, ich kann in den Kasten erstens mal viele unterschiedliche Sachen reintun, ich kann herumwechseln, ich kann große, kleine Sachen unterschiedlich groß und schwer da reinpacken und es fällt auch nicht auf, es ändert auch nichts an der Optik. Hier ist das anders. Die Rucksäcke stehen zum Beispiel relativ weit weg. Ich könnte in dem Bereich jetzt hier zum Beispiel nicht einfach sitzen oder Sonstiges. Ich kann hier auch jetzt kein Bild mehr aufhängen und ich kann auch nur beschränkt flexibel die Dinge platzieren. Ich könnte keine super langen Sachen hier unten platzieren, die würden dann am Boden aufstehen, dann würden sie von den Haken wieder runterfallen. Ich könnte keine sehr, sehr breiten oder hoch nach oben stehenden Sachen sehr weit oben positionieren. Also ich bin schon relativ eingeschränkt. Das heißt, es sieht super aufgeräumt aus und super praktisch. Es birgt aber eben den ein oder anderen Nachteil und das sollte man vielleicht vorher bedenken, eben weil das Ganze ja eben in die Tiefe geht. Also wir sind hier schon, ja so 50 Zentimeter, sind wir schon von der Wand weg mit dem breitesten Teil hier. Und das sollte man eben bedenken. Ich zeige euch noch kurz, was ich hier an der Wand jetzt aktuell so befestigt habe. Das kann sich, wahrscheinlich wird sich das im Laufe der Zeit auch nochmal ändern. Dann vielleicht kommen auch noch Platten dazu. Ich weiß es nicht. Ewig werde ich hier nicht mehr wohnen bleiben. Deswegen weiß ich noch nicht. Aber grundsätzlich, man sieht hier, wir haben hier Hochschulenausrüstung. Rebschnüre einmal in lang, in kurz. Wir haben Eisschrauben. Wir haben Helme, Pickel, Bollock-Karabiner. Hier sind wir dann so ein bisschen im Kletterbereich. HMS-Karabiner, D-Karabiner mit Twistlock. Also auch von denen habe ich nicht viele. Dann haben wir hier Mikrotraktion, T-Block, Sicherungsgeräte, Express-Schlingen, Grödel. Hier haben wir Tapes in verschiedenen breiten Ausführungen, Formen, was auch immer. 5 Millionen Band Schlingen, einen Sanduhrfädler, noch ein bisschen Kleingram, Standplatzschlingen. Hier haben wir zwei Isomatten. Die hatte ich übrigens schon im Test. Kann ich sehr empfehlen. Dann haben wir hier die Stirnlampen drin. Übrigens, ohne Scheiß, wie viele Stirnlampen wiegen, ist unglaublich. Wenn man mal mehr davon hat, merkt man erstmal, wie schwer das eigentlich ist. Kleines Zubehör für die Steigeisen zum Umschrauben und so weiter. Dann haben wir hier die Gurte, Klettergurte, noch mehr Klettergurte, Hochtourngurte, Klettersteig-Sets und die Steigeisen. Habe ich was vergessen? Ja, Rucksäcke. Und das ist es. Aber ihr seht, wie wenig das eigentlich ist. Also, wie schnell ich euch das jetzt erklärt habe. Und das ist eigentlich der Punkt. Das Ganze sieht nur deshalb so aufgeräumt aus, wenn man sich das anschaut, weil wir eben von sehr viel Lücken sprechen. Wir haben hier sehr viel Platz. Wir haben hier dazwischen viel Platz. Hier drunter haben wir viel Platz. Das braucht alles viel Platz. Die Steigeisenhängen so runter brauchen auch nochmal viel Platz. Das ist alles etwas, was man bedenken muss. Denn wir haben schließlich viel Zeug, das in den Kisten deutlich komprimierter reinpassen wird und dann dementsprechend deutlich mehr in eine Kiste passen würde. Und das meine ich auch wieder mit dem Platz. Wir können viel weniger Kisten in eine Lochwand integrieren, als Lochwandinhalt in eine Kiste. Das ist schwierig. So, kommen wir aber jetzt noch kurz zum Aufbau. Das ganze System ist von Ikea. Ikea. Ich weiß, Ikea. Aber es gab tatsächlich auch einige Alternativen von Baumärkten, Obi, Hornbach, Lagerhaus, wie auch immer. Die funktionieren alle im Prinzip genau gleich. Der einzige Vorteil, den die Ikea-Lochwände, die Lochplatten von Ikea bieten, ist die Optik. Denn tatsächlich schauen diese Dinger im Vergleich zu der Wandfarbe weiß ganz okay aus. Also, ja, also eine absolute Schönheit ist das so nicht, aber es ist relativ okay. Das Ganze besteht aus Hartfaserplatten, hält also einiges aus. Ikea verwendet das für sowas zwar nicht, also absolut nicht, aber ich habe jetzt mal gepokert, dass das ganz gut halten wird. Die Schrauben hier, die die Aufhängung an der Schiene halten, ich werde euch da ein Bild von den Schienen einblenden, die sind relativ dünn und haben hier einen Plastikkopf. Ich vertraue ihnen nicht ganz, aber ich würde mal sagen, das hält. Also hier hängen uns ungefähr pro Platte, ja, unterschiedlich, aber so 8 bis 10 Kilo maximal an einer Platte. Und das halten sie bis jetzt wunderbar. Insofern sehe ich da noch gar kein Problem. Dass Ikea diese Lochplatten nur für das Make-up oder so verwendet, das ist halt einfach, ja, das ist einfach der Anwendungsbereich von Ikea. Ich verstaue mein Make-up, ja, wo ganz woanders. Jedenfalls haben wir hier hinter eine Schiene, eine Metallschiene, die wird an die Wand geschraubt mit einmal hier einer und einmal hier einer Schraube. Und diese Schrauben habe ich, die kann man grundsätzlich frei wählen. Ich habe sie etwas dicker gewählt. Ich habe hier mit 8 mm gebohrt, auch dementsprechend natürlich in Dübel eingesetzt und die Schraube auch etwas dicker gewählt mit einem Rundkopf. Und so hält die Schiene wirklich, wirklich gut. Also da könnte ich mich wahrscheinlich dranhängen. Nur die Hartfaserplatte, ja, stabil ist sie nicht. Man sieht es hier, sie ist unten nicht angeschraubt. Das hat aber auch einen großen Vorteil. Wir müssen keine zwei Schienen für eine Wand bohren, sondern nur eine Schiene. Abstandhalter sind dabei, das ist ganz praktisch. Wir haben hier hinter also überhaupt keine Feuchtigkeit, kein Schimmel, gar nichts. Das ist wirklich praktisch, denn davor hätte ich eigentlich die größte Angst, wenn ich so klassische Lochplatten montiere, die keinen Abstand zur Wand haben. So, warum sind jetzt die vom Obi oder vom Hagebau oder vom Baumarkt einfach schlechter? Sind sie nicht. Sie sind nur nicht schöner. In Wirklichkeit sind die von den Baumärkten sogar noch stabiler. Die sind aus Metall bzw. Aluminium und halten dementsprechend auch was aus. Wenn die da das nicht aushalten würden, würde ich mir definitiv eine Lochplatte vom Obi zulegen. Das Problem an den Lochplatten vom Baumarkt ist, dass sie natürlich nicht so alltagstauglich sind. Also sie passen natürlich nicht schön rein, aber auch Karabiner kann ich natürlich noch relativ leicht aufhängen. Die haben auch so klassische Haken. Aber bei solchen Geschichten wird es dann schon eng. Es gibt nicht für alle Marken von Lochplatten im Baumarkt auch so viel Zubehör. Und das macht Ikea sehr, sehr gut. Wir haben hier lange Haken für die Aufhängung. Wir haben hier so kurze, kleine Haken für einzelne Aufhängungen. Das ist sehr praktisch. Wir haben Gurte. Das sind dann solche Spanngurte, mit denen ich zum Beispiel hier die Isomatten befestigt habe. Ich hoffe, denen macht das nichts, aber ich glaube mal nicht. Und das bietet natürlich viel Optionen. Auch diese Dinger hier sind natürlich optional ein Zubehör zu den Lochplatten. Diese Taschen. Und das ist natürlich ein großer Mehrwert, weil dann muss ich mir hier keine harte Schale, keine Box kaufen, wie es bei den Baumarktlochplatten der Fall wäre. Sondern ich habe hier so schöne Taschen. Ich finde, die schauen wirklich ganz nett aus. Und es gibt auch noch 100 andere Zubehörteile, die ich hier nicht gebraucht habe und nicht gekauft habe. Aber wenn ihr einen anderen Anwendungszweck dafür findet, dann gibt es da noch ganz, ganz viel mehr bei Ikea. Das soll jetzt keine Werbung für Ikea sein. Um Gottes Willen. Keine Werbung für Ikea. Aber das System finde ich für diesen Anwendungszweck sehr schön. Also wenn ihr das nachbauen wollt, relativ einfach im Aufbau. Es ist ein bisschen mühsam, die einzelnen Platten wirklich aneinander anzupassen, sodass sie letztlich tatsächlich perfekt abschließen. Ich wollte so ein bisschen ein Spiel zwischen den einzelnen Platten haben, damit ich ein bisschen Flexibilität habe. Man kann die Platten etwas noch links und nach links und nach rechts und nach oben und nach unten verschieben in dieser Schiene. Aber viel Spielraum hat man nicht. Deswegen wollte ich lieber etwas mehr Luft dazwischen. Ich finde, das schaut auch, ich weiß nicht, mir gefällt das einfach besser. So, wie findet ihr dieses Setup? Würde mich sehr interessieren. Seid ihr der Meinung, dass das schon viel zu viel Ausrüstung ist? Dann wollt ihr nicht wissen, was ich noch so in anderen Räumen vielleicht im Vergraben habe. Übrigens, das hier ist ein ganz, ganz geiles Zelt. Das habe ich hier extra nicht drauf gepackt, weil, nicht nur weil kein Platz ist, ich habe es mir zwar am Beginn überlegt, aber das ist nicht sehr leicht. Und wenn dann noch zusätzliches Gewicht über die anderen Elemente in der Lochwand draufkommt, dann bin ich tatsächlich der Meinung, dass das hier schief gehen könnte. Deswegen super, super schwere Sachen vielleicht besser nicht drauf packen. Oder eben in so klassische Kisten. Was haltet ihr von der Lochwand? Habt ihr so eine Lochwand zu Hause? Schaut die sehr fancy aus. Ihr könnt mir gerne Bilder von euren Organisationstalenten auf Instagram schicken, wenn ihr auch sowas ähnliches habt. Oder vielleicht habt ihr klassische Ikea-Kisten oder Baumarkt-Kisten. Oder was verwendet ihr, um euren ganzen Krempel zu sortieren? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieser heutige etwas andere Techniktisch gefallen. Das wird vielleicht ein cooler Hintergrund für weitere Techniktischmodelle. Wird es euch gefallen, wenn sowas mal hinten am Techniktisch hängt? Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.